Herzlich willkommen zu Bilder der Geschichte. Heute geht es um ein Video, das über 16 Millionen Mal geklickt wurde und für viel politischen Trubel gesorgt hat. Rezos Zerstörung der CDU. Im Mai 2019 sorgt der YouTuber Rezo mit einem Video über die, Zitat, Zerstörung der CDU für erheblichen Wirbel. Rund 55 Minuten lang rechnet er dabei vor allem mit der Union ab. Rezo sagt, CDU, CSU benachteiligten Arme, täten zu wenig gegen Chancenungleichheit in der Bildung. Zudem betreibe die Union eine desaströse Klimapolitik. Mittlerweile wurde das Video über 16 Millionen Mal abgerufen. Wahlforscher gehen davon aus, dass es sogar Einfluss auf die Europawahl im Mai 2019 hatte. Rezo hat mit seinem Video offensichtlich einen Nerv getroffen und das Bauchgefühl einer ganzen Generation ausgedrückt. Der harte Angriff gegen die CDU ruft die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf den Plan. Als die CDU-Chefin allerdings in Reaktion auf das Video indirekt von Zensur spricht, erntet sie einen Sturm der Entrüstung. Aus dem Rezo-Video wird ein Anti-AKK-Protest. Auch unsere Zuschauer haben zum Rezo-Video ihre Meinung. Frederik Mietner meint, der hat sich ganz schön was angemaßt. Ronny Pasemann schreibt, er öffnet aber so manchem Gewohnheitswähler die Augen. Rezo wird bundesweit bekannt. Im September 2019 bekommt er den Spezialpreis der goldenen Kamera überreicht. Was macht das Video zu einem Klick-Hit? Woher kommt die Wut des jungen Influenzas? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Jasper von Altenbokum von der FAZ und Raik Anders, YouTuber. Herr von Altenbokum, was hat das Video so erfolgreich gemacht? Ich glaube, das Medium war einmal ein Schlüssel zum Erfolg. Viele Leute informieren sich über YouTube und es hat einen gewissen Show-Charakter. Also es ist eine neue Vermittlung von Informationen und die sehr attraktiv ist, besonders auf junge Leute. Und Herr Anders, wie sehen Sie das? Was hat zu dieser großen Popularität des Videos geführt? Ich glaube, dass Rezo mit seinem Video einfach auf den Punkt gebracht hat, was viele Leute schon so ein bisschen schwammig im Kopf hatten. Dieses Gefühl, dass bei der Union und in der Politik insgesamt einfach viel falsch läuft, viel ungerecht ist. Und das ist jetzt auch das Spannende daran. Er hat das ja nicht anhand eigener Untersuchungen oder Erhebungen gemacht, sondern anhand von Informationen, die eigentlich schon lange bekannt sind. Und hat das aber in so ein überzeugendes Bild gesetzt, dass es für viele Leute, vor allem für viele junge Leute, einfach nochmal ihren Bauchgefühl, das sie vorher schon hatten, hey, mit der Union, da stimmt irgendwas nicht, dass es das einfach nochmal für sie validiert hat. Und das hat natürlich nochmal großen Vorschub geleistet. Es wurde ja nicht nur von jungen Zuschauern geschaut, aber auch dann an ältere Leute, an die Eltern oder Großeltern weiterempfohlen. Das hat Rezo in seinem Video auch ausdrücklich gesagt. Und dann kam einfach so eine Lawine auf die Union zu. Ja, darum möchte ich gerne nochmal anknüpfen daran. Nämlich, dass viele Menschen das Video gesehen haben. Das hatte ja einen enormen Zuspruch. Sie haben es aber sehr stark kritisiert. Was ist denn Ihr Hauptkritikpunkt an dem Video? Also mein Hauptkritikpunkt ist, dass er übers Ziel weit hinaus geschossen ist. Dass er Informationen und Meinungen auf eine ziemlich krude Art und Weise vermischt hat. Und dass er auch die Quellen, die er angegeben hat, nicht seriös verwendet hat. Also er hat einfach die Informationen, die er transportiert hat, seiner Meinung angepasst. Und das halte ich für unzulässig. Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Er hat zum Beispiel, was die Armutsverteilung angeht. Und in seinem ersten Teil des Videos geht er auf wirtschaftliche Dinge ein. Da hat er Grafiken, hat er Kurven rausgestrichen, die ihm nicht ins Konzept gepasst hat. Und er hat auch bei der Verteilung von Arm und Reich, hat er einfach behauptet, 50 Prozent der Bevölkerung würde immer ärmer werden. Was einfach nicht stimmt. Und selbst aus den Grafiken, die er dann gesendet hat, nicht hervorgehen konnte. Herr Anders, wenn man das hört. Also wir haben ja auch mitbekommen, Rezos Video hatte wahnsinnig viel Zuspruch, wahnsinnig viel Widerspruch aber auch. Also es haben sich auch viele Menschen darüber aufgeregt. Ob Sie das Rezo mit diesem Rundumschlag alles richtig gemacht hat? Aus meiner Sicht, wenn ich mir das Ergebnis anschaue, dann ja. Also man kann sicherlich über einzelne Punkte sich nochmal streiten. Aber auch so, was hier gerade angesprochen wurde, dass einzelne Sachen nicht stimmen würden. Oder dass es so eine krude Fakten- oder Quellenlage gab. Ist natürlich besonders dann unterhaltsam, wenn man weiß, dass sie natürlich auf Twitter auch nicht sehr unrühmlich Verschwörungstheorien zu diesem Video verbreitet haben. Dass es angeblich von den Grünen bezahlt gewesen wäre. Das war so ein bisschen die Lesart, die man da reininterpretieren konnte. Also das war für mich auch tatsächlich so eine Sache, die mich tatsächlich erschüttert hat. Also zu sehen, wie wirklich dann auch die... Und das ist jetzt nichts gegen ältere Leute insgesamt so, sondern eher, dass jemand in der gehobenen Position, wie Sie ja erwiesenermaßen sind, in ihrer Funktion bei der FAZ, diese digitale Hilflosigkeit, diese wirklich erschreckende Naivität und auch Manipulierbarkeit. Ich beschäftige mich in meiner sonstigen Arbeit ja sehr oft so mit Verschwörungstheorien. Und dieses Muster, jetzt ganz kurz vielleicht für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, unser Gesprächspartner hier auf der Seite hat auf Twitter ein Video verbreitet von einem Verschwörungskanal, wo quasi gesagt wurde, dass dieses Video von Rezo gar nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen ist, sondern dass dahinter eine Auftragsarbeit für die Grünen stecken könnte. Und dieses Muster, dass man ohne diese Quellen zu prüfen irgendwelche Verschwörungstheorien in den Raum stellt, kannte ich halt eher so von Reichsbürgern oder so. Aber ich hätte mir nicht denken können in 100 Jahren, dass mal der Innenpolitik-Chef der FAZ sowas weiterverbreitet hat. Also das war für mich wirklich unglaublich. Herr von Altmutter, wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, also ich habe erstens mal keine Verschwörungstheorien weiterverbreitet. Ich habe irrtümlich einen Beitrag eines auch YouTubers auf Twitter retweetet, der auf ein ganz interessantes Interview von Rezo gestoßen ist, indem er vor zwei Jahren gesagt hat, er würde so etwas nicht machen wollen, weil er genau weiß, dass das manipulativ wirken würde auf junge Leute. Das fand ich interessant, dass er im Grunde genommen genau weiß, was er tut. Und ich habe dabei nur den Fehler gemacht, dass der Autor dieses YouTube-Beitrags erwiesenermaßen eben jemand ist, der auch Verschwörungstheorien verbreitet hat. Nur in dem Falle, finde ich, hat er einen wunden Punkt getroffen, weil man sich in der Tat fragt, warum, sagt wie so selbst, er wolle einen politischen Beitrag nicht senden, weil er Angst davor hat, Leute manipulieren zu können und macht dann genau das, das gibt einem zu denken. Ich habe übrigens nie behauptet, dass er von den Grünen bezahlt worden ist. Ich weiß nicht, woher Sie das haben, aber das, von dem, was ich gesagt oder geschrieben habe, sicher nicht. Okay, ich entnehme es einfach dem Inhalt, den Sie selber verbreitet haben. Sie haben ja gerade so schön gesagt, Sie haben selber nie Verschwörungstheorien verbreitet. Sie haben gesagt, Sie haben halt nur Videos geteilt, in denen sowas verbreitet wurde. Dementsprechend haben Sie natürlich an der Verbreitung teilgenommen. Ein Video habe ich geteilt und ich habe das auch zurückgenommen, weil es ein Irrtum war. Nur in diesem Video wird ein Sachverhalt angesprochen, der meiner Ansicht nach sehr interessant ist. Dem muss ich, wie Sie, auch stellen. Das hat er aber nie gemacht. Das finde ich auch sehr... Welchem Sachverhalt muss er sich denn stellen? Ich finde, wenn er sich bewusst ist, dass er mit so einem Beitrag junge Leute manipulieren kann, wieso macht er dann genau das? Sein Beitrag ist ja kein differenziertes Abwägen von Argumenten, sondern es ist schlichtweg Propaganda, die er betreibt. Also sind Sie nach wie vor der Meinung, dass dieses Video von Rezo keine... Also das ist Manipulation tatsächlich. Es ist kein valider Meinungsbeitrag. Doch, es ist ein... Na gut, ich meine, Meinung manipuliert natürlich immer. Es kommt immer auf die Faktenlage an, die dem zugrunde liegen. Und wenn er Fakten verbiegt, um seine Meinung an den Mann zu bringen, dann ist es was Unzulässiges und das nenne ich Propaganda. Herr Anders, Herr Anders, Herr Anders. Darf ich ganz kurz mal einhaken, weil Sie ja gerade von der Verbiegung der Fakten gesprochen haben. Sie haben ja auch, was die Armut angeht, haben Sie angesprochen, dass Rezo da angeblich Sachen manipuliert hätte. Nun hat ja tatsächlich Stefan Niedgemeier, einer der bekanntesten Medienkritiker dieses Landes, schon darauf hingewiesen, dass Sie zum Beispiel in einem Beitrag für die FATS auch es nicht auf die Kette bekommen haben, Medianeinkommen von durchschnittlichem Einkommen zu unterscheiden. Und auch das ist wieder ein Ding, wo ich denke, da widersprechen Sie sich oder da verbreiten Sie wieder tatsächlich Fake News. Und das ist das, was mir tatsächlich Angst macht, weil eigentlich, wir brauchen Sie ja. Wir brauchen Sie wirklich in Bestform und in Topform, weil Sie natürlich als Vertreter der vierten Gewalt in Deutschland maßgeblich Anteil daran haben, wo dieses Land sich insgesamt hin entwickelt. Natürlich nicht nur Sie persönlich, sondern in Ihrer Funktion. Deshalb hat mich das so erschüttert. Genau das habe ich in dem Falle getan. Es sind ja tatsächlich viele Fakten auf den Tisch gelegt worden von Rezo, aber vieles wurde ja auch an Erklärung weggelassen. Halten Sie das Video in keinster Weise für populistisch? Ich halte das Video auf jeden Fall für effektiv und populistisch ist jetzt die Frage. Ich meine, er hat jetzt natürlich eine Stunde Zeit für dieses Video, aber auch innerhalb dieser Stunde kann er jetzt auch nicht jeden einzelnen Punkt bis zum Erliegen komplett beleuchten. Er hat die Sachen, die für ihn am wichtigsten waren, herausgestellt. Er hat sie übrigens auch sehr, zumindest in der nachträglichen Betrachtung von anderen Zeitungsredaktionen, auch von der FATS übrigens und vom Spiegel und so weiter und so fort, von den Scientists for Future, wurde immer wieder gesagt, hey, man kann sich vielleicht so einzelne Aspekte rausnehmen, wo man noch weitere Sachen ergänzen könnte, aber trotzdem ist das, was er sagt, einfach nicht falsch. Wir haben, wie immer in dieser Sendung, auch unsere Facebook-User gefragt, was Sie denn zu dem Video gemeint haben. Und da schreibt Luisa Lautner, hoffentlich kommt vor der nächsten Bundestagswahl wieder etwas von ihm. Glauben Sie, dass, ich nenne es jetzt mal der Final Rezo, die politische Meinungsbildung auf lange Sicht in unserem Land verändern wird? Ja, auf jeden Fall hat er jetzt schon. Also wenn man sich anschaut, auch Frau Kramp-Karrenbauer, für sie war das ja, als dieses Video rauskam, auch eine ihrer ersten wirklichen Bewährungsproben. Und wenn man sich anschaut, wie beschädigt sie danach auch immer mehr geworden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur ein Rezo lag, ist Quatsch, aber es war ein großer Baustein, der sie in ihre Autorität, auch innerhalb der Union, einfach sehr zurückgeworfen hat. Was glauben Sie denn, Herr von Altenburg, um wie hoch ist sozusagen die Macht, die YouTuber oder Influencer heute im politischen Diskurs in Deutschland haben? Naja, an diesem Beispiel kann man sehen, dass sie große Macht haben können, wenn sie ihre Mittel entsprechend einsetzen. Ansonsten würde ich sagen, ist die Macht begrenzt, weil sich die meisten Leute dann doch über Fernsehen oder Zeitung oder Internet informieren. Aber ich glaube, in Zukunft muss man sich darauf einstellen, dass sowas, was Rezo gemacht hat, häufiger vorkommen wird. Schon allein deswegen, weil sich das ja als großer Erfolg herausgestellt hat. Nur ich finde, wenn das in diese Richtung geht, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz für eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit Politik. Wir haben noch eine zweite Userin, Christa Tröndle-Stuckler. Und sie schreibt, dieser unerträgliche Mensch ein Negativum. Ja, warum, Herr, das empfinden Rezo trotzdem manche? Und es sind nicht weniger Rezo als so negativ. Ich könnte mir vorstellen, dass es darum zusammenhängt, dass diese Leute, die es negativ aufnehmen, grundsätzlich der Union eher zugeneigt sind, als dann den Parteien, die Rezo nicht kritisiert hat. Ich würde aber gerne mal einhaken, was Sie gerade angesprochen haben. Ich empfinde das, ehrlich gesagt, eher als eine Bereicherung. Oder mich stimmt es hoffnungsvoll für die Zukunft, dass sich jemand wie Rezo einfach einen YouTuber aus seinem Zimmer heraus hinsetzen kann und damit wirklich so ein... Also er ist ja ein junger Mann da bei sich, wo immer er lebt. Und dass er sich so einem jahrzehntelang gewachsenen PR-Machtapparat irgendwie von der am längsten regierenden Partei in Deutschland so entgegenstellen kann und die so ins Schlingern bringt, das stimmt mich irgendwie ganz hoffnungsvoll, dass auch der Einsatz des Einzelnen in unserer Gesellschaft sich am Ende doch eine Bahn brechen kann, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und das ist einfach für mich so ein Motivationsschub einfach. Und ich hoffe, das gibt auch andere Leuten ein bisschen den Glauben zurück, dass ihre Stimme doch was zählt am Ende. Aber ist es tatsächlich nur eine Generationenfrage? Habe ich nicht behooptet. Aber ich glaube trotzdem, dass auch eine Sache, die Rezo in seinem Video anspricht, der sagt zum Beispiel, hey, wir junge Leute haben gar nicht politisch so den riesigen Einfluss. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie keine wirklich effektive Lobby haben im Vergleich zu irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen, ist es einfach so, dass halt die älteren Leute erheblich größere Anteile der Wählerschaft stellen. Und dementsprechend alles, was er machen kann, ist halt bei den jungen Leuten vielleicht so einen gewissen Stein ins Rollen zu bringen. Wo das mal hinführt, kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich bin sicher, wir werden es ja rausfinden. Jetzt ist ja die CDU nicht gerade sehr glänzend in der Reaktion gewesen. Was hätte die CDU an der Stelle besser machen können? Naja, sie hätte mit ähnlichen Mitteln natürlich darauf reagieren können. Ich glaube nur, dass es sehr schwierig ist, was auch immer man dann tut, gegen ein so erfolgreiches Video anzutreten. Das ist wahnsinnig schwierig und man sieht immer irgendwie buchstäblich alt aus. Deswegen, die Reaktion war sicher ein bisschen altbacken der CDU. Und ich glaube auch, dass sie sich darauf einstellen wird, dass in Zukunft anders darauf reagiert wird. Nur ob das ähnlich erfolgreich sein kann, wie das, was Rezo gemacht hat, das wage ich zu bezweifeln, weil er einfach Mittel anwendet, die die CDU oder Volksparteien allgemein nicht anwenden wollen. Herr Anders, aus Ihrer Sicht, wie hätte die CDU besser reagieren können? Das eigentliche Problem an der Antwort der CDU ist nicht, dass sie als Antwort eine PDF rausgehauen haben. Das waren ja diese elf Seiten, die dann von der Union rauskamen. Okay, das Problem war aber nicht, dass es eine PDF war, sondern dass einfach innerhalb dieser PDF genau das bestätigt wurde, was Rezo gesagt hat. Also da wurde ja total kontextlos dann behauptet, als Replik zu Rezos Vorwürfen, was den Klimaschutz angeht. Von wegen, ja, wir haben aber in den letzten Jahren so und so viel Zubau gehabt an Photovoltaik. Oder wir haben so und so viel Zuwachs an erneuerbaren Energiemix und sowas. Das hat Rezo ja auch nie bestritten. Aber sie haben einfach selber wieder belegt, dass der Zuwachs, den sie hatten, einfach nicht genug war. Und das ist ja das, worauf Rezo eigentlich hinaus wollte. Dass die Anstrengungen, die wir bisher haben, nicht reichen. Und da hat auch das PDF der CDU inhaltlich nichts Neues beigetragen, sondern nur das alte aufgewärmt. Ja, wir haben es zwar nicht erreicht, wir wollen aber in Zukunft. Wir wollen aber in Zukunft. Und genau das hat er ja kritisiert. Und da konnte die Union dem inhaltlich nichts entgegensetzen. Und das ist der Skandal. Herr Anders, Herr von Altenburgum, vielen Dank für die Diskussion. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder bei einem neuen Bild der Geschichte. Vielen Dank.